Jo Leute, heute mal eine etwas andere Perspektive von mir. Ich bin heute leider ein bisschen sick und stimmlich nicht so parat, deswegen kann ich euch im Laufe des Videos leider nicht so viel zu den Outfits sagen und erklären. Mein Hirn ist leider auch ein bisschen matsche, deswegen kann ich auch gar nicht so richtig Worte fassen. Also ja, dass ich jetzt überhaupt so sprechen kann, ist schon ein Wunder. Ich wünsche euch trotzdem viel Spaß bei dem Video, auch wenn es kein Inspired by Video ist. Diesmal ist es einfach ein Themenvideo und zwar zu dem Thema Floral Print. Genauso wie das Video vom letzten Mal mit den beiden Hosen. Also viel Spaß dabei! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Wir wären dann auch schon am Ende meines Videos. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen, obwohl es kein Inspired by Video war. Ich habe eure K-pop-Vorschläge auf jeden Fall gelesen und ich kann euch schon mal versprechen, dass BTS auf jeden, jeden, jeden Fall geplant ist. Ganz, 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 ganz bald wird das wahrscheinlich rauskommen. Vielleicht nächste Woche? Ne, ich sag mal, geben wir mal zwei Wochen, ja. Und dann kommt ein BTS-Video raus und ich hoffe, ihr gebt dem Ganzen einen Daumen nach oben und abonniert diesen Channel für noch mehr Videos und mehr. Ich sehe euch dann ganz bald in meinem nächsten Video wieder. Also, tschüss Leute!